Die Auserwählung ist eine absolut biblische Wahrheit und kann anhand Epheser 1 wie folgt charakterisiert werden. Gott, der Vater, hat vor Grundlegung der Welt, das heißt also vor Ewigkeit, bevor es die Schöpfung gab, einzelne Personen, einzelne Menschen aus allen Menschen heraus aktiv und bedingungslos auserwählt, und zwar auserwählt zu einer exklusiven Position, zu einer exklusiven Beziehung in Christus, die Gotteskindschaft in Christus, und zwar auserwählt nach seinem freien, souveränen, göttlichen Willen in Liebe. In diesem Satz ist die Auserwählung charakterisiert. Was bedeutet nun die Auserwählung und was bedeutet sie nicht? Die Auserwählung steht nie in Verbindung mit der Errettung oder gar mit der Verdammnis. Es gibt keine Auserwählung zur Errettung, sondern nur eine Auserwählung zu einer exklusiven Beziehung in Christus, das heißt die Gotteskindschaft in Christus und betrifft damit alle wiedergeborenen Christen. Diese gehören zu dieser Auserwählung. Die Auserwählung ist völlig unabhängig vom Sündenfall und der Sündenvergebung. Auch ohne Sündenfall hätte Gott Menschen auserwählt zu dieser exklusiven Beziehung in Christus. Es gibt also Menschen, die sind gerettet, aber sie gehören nicht zu dieser Auserwählung, wie zum Beispiel die alttestamentarisch Gläubigen. Die Sündenvergebung war nur notwendig, um der Erwählung teilhaftig zu werden. Die Menschen hätten auf der Erde gelebt und aus der Menge dieser Menschen hätte Gott einzelne Menschen auserwählt zu dieser exklusiven Beziehung. Die Auserwählung ist damit nicht nur Vorauswissen Gottes, wer sich bekehren wird, das ist es nicht, denn die Auserwählung ist völlig bedingungslos und völlig unabhängig von unserem Verhalten und völlig unabhängig von der Errettung. Die Auserwählung nimmt den Menschen auch nicht die Möglichkeit oder die Verantwortlichkeit, sich zu bekehren. Jeder Mensch kann sich bekehren und sollte sich bekehren. Und Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und die Gnade Gottes ist erschienen für alle Menschen. Die Auserwählung ist auch nicht ungerecht. Gerecht heißt nicht, alle Menschen bekommen das Gleiche. Gerecht heißt, alles, was in Übereinstimmung ist mit dem Plan Gottes, ist gerecht. Die Auserwählung soll den wiedergeborenen Christen auch nicht unbekannt sein. Die wiedergeborenen Christen sollten die Auserwählung kennen. 1. Thessaloniker 1, Vers 4 Und die Auserwählung entbindet den wiedergeborenen Christen auch nicht vor moralischem Handeln, denn die Auserwählung ist der Anlass für den Christ, ethisch und moralisch zu handeln. Die Auserwählung des Volkes Israel ist anders. Sie ist die Auserwählung eines Volkes und sie ist nicht vor Ewigkeit, sondern von Grundlegung der Welt. Das heißt also, von der Schöpfung an hat Gott ein Volk auserwählt, das Volk Israel für die Erde. Das heißt also, von der Schöpfung an hat Gott ein Volk,